Bist du es leid, das Laub in deinem Garten mühsam zusammenzufegen? Dann könnte der Bosch Advanced Leaf Blower 36V 750 genau das Richtige für dich sein. Dieser kraftvolle Akkulaubbläser ist darauf ausgelegt, selbst hartnäckige Blätter und Gartenabfälle im Handumdrehen zu beseitigen und das kabellos und emissionsfrei. Ob große Flächen oder schwer zugängliche Ecken, der Advanced Leaf Blower verspricht eine beeindruckende Leistung. Doch hält er, was er verspricht? In diesem detaillierten Testbericht schauen wir uns die Funktion Vor- und Nachteile des Geräts genauer an und finden heraus, ob sich die Anschaffung lohnt. Der Bosch Advanced Leaf Blower kommt mit einer robusten, modernen Optik in den typischen Bosch-Farben grün und schwarz. Trotz seiner starken Leistung ist das Gerät erstaunlich leicht. Mit 2,9 kg ist es ohne Akku sehr handlich, auch bei längerer Nutzung. Mit einem 36-Volt-Akku bestückt, steigt das Gewicht leicht auf etwa 3,5 bis 4,1 kg je nach verwendeter Akkugröße. Die kompakte Bauweise und das ergonomische Design sorgen dafür, dass der Laubbläser gut ausbalanciert in der Hand liegt und bei Arbeit wenig Belastung auf Arm und Handgelenk ausübt. Das Herzstück des Geräts ist der bürstenlose Motor, der für eine lange Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung sorgt. Mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 200 km pro Stunde und einem maximalen Luftvolumen von 780 m3 pro Stunde kann der Advanced Leaf Blower mühelos auch nasses und schweres Laub sowie Gartenabfälle bewegen. Besonders praktisch ist die variable Geschwindigkeitsregelung, die es ermöglicht, die Belastleistung je nach Bedarf anzupassen. Von einer schonenden Einstellung für leichtere Aufgaben bis hin zu voller Power für hartnäckige Verschmutzungen. Das eingebaute Axialgebläse sorgt für einen konstanten Luftstrom, der sich ideal für große Flächen eignet. Ein weiteres Highlight ist die sogenannte Synion Technologie, die den Energieverbrauch optimiert und je nach Anwendung entweder maximale Leistung oder eine länge Akkulaufzeit bietet. Das macht den Advanced Leaf Blower nicht nur kraftvoll, sondern auch effizient. Willst du deinen Garten mühelos Laub freihalten, schau in die Beschreibung und entdecke den Bosch auf Amazon. Nachdem wir die wichtigsten Funktionen besprochen haben, werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile des Geräts. Nachteile Relativ hohe Ladezeit Bedienungsanleitung könnte klarer sein Kein Saugen von Laub möglich Diese kleinen Kritikpunkte sollten jedoch nicht über die insgesamt sehr gute Leistung hinwegtäuschen. Leistungsstarker bürstenloser Motor Geringes Gewicht und ergonomisches Design Hoher Luftdurchsatz und variable Geschwindigkeitssteuerung Teil des 36 Volt Power for All Systems, das heißt ein Akku für mehrere Bosch Gartengeräte Sehr einfache und schnelle Montage der Düsen Optimierte Akkuleistung dank Synion Technologie Insgesamt erweist sich der Bosch Advanced Leaf Blower als ein zuverlässiger und leistungsstarker Akkulaubbläser, der für größere Flächen und anspruchsvollere Aufgaben bestens geeignet ist. Wenn du also auf der Suche nach einem hochwertigen, kabellosen Laubbläser bist, der selbst schwierige Aufgaben meistert, ist der Advanced Leaf Blower 36V 750 definitiv eine Überlegung wert. Vergiss nicht den Laubbläser auf Amazon zu checken, der nächste Herbst kommt bestimmt.